Das heutige Video fällt unter die Kategorie Formelsammlung. Wie man unschwer erkennen kann, geht es um die Kugel. Eine Kugel ist über ihren Radius r definiert und der Durchmesser ist 2 mal r. Das Volumen einer Kugel wird mit der Formel 4 Drittel pi r hoch 3 ausgerechnet. Die Oberfläche 4 mal pi mal r². Die Kugelkalotte oder Kugelhaube hat ein Volumen von pi mal h² durch 3 mal Klammer auf 3 mal r minus h zu. Es gibt auch noch eine sogenannte Kugelschicht, doch deren Formel ist ein halber Zungenbrecher und deswegen blende ich sie hier einfach nur ein. Für die Physiker unter uns gibt es auch noch das Trägheitsmoment. Da beträgt das Trägheitsmoment der Hohlkugel gleich 2 Drittel m mal r² und für das Trägheitsmoment einer Vollkugel gilt 2 Fünftel m mal r². Die war You Du 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 Untertitelung des ZDF, 2020